Hallo ihr Lieben, es geht weiter mit dem Tiger. Kommt! Wir beginnen in der Stellung der Katze. Die Handgelenke sind unter den Schultern, die Knie unter dem Popo und wir machen erst einmal die Liebe und die Böse Katze. Bei der Lieben Katze atmen ihr bitte ein und bei der Bösen Katze aus. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Liebe Katze einatmen, Böse Katze ausatmen und den Rücken ganz rund. Einatmen, ausatmen. Liebe Katze, ihr dürft auch dabei miauen. Böse Katze, liebe Katze. Und in die Ausgangsstellung. Wir kommen zum Tiger. Streckt euren rechten Arm nach vorne aus und der Daumen zeigt nach oben. Der Blick ist nach unten gesenkt und jetzt hebt ihr das gegenüberliegende Bein. Also, wenn ihr den rechten Arm nach vorne gestreckt habt, das linke Bein nach hinten aus. Das sieht so aus. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ganz lang ziehen. Und Hände und Hände und Knie wieder absetzen. Und jetzt die andere Seite. Linker Arm bitte nach vorne. Und das rechte Bein, das gegenüberliegende Bein nach hinten ausstrecken. Einatmen, ganz lang strecken. Und ausatmen, Handgelenk und Knie absetzen. Jetzt noch einmal die andere Seite und passt auf. Wir führen den Ellbogen und das Knie unter den Bauch zusammen. Einatmen, ausatmen und machen. Einatmen, ganz lang strecken. Einatmen, ausatmen, Rücken rund. Noch einmal einatmen und Hand und Knie aufsetzen. Und jetzt die andere Seite. Linker Arm, ausstrecken. Rechtes Bein, ausstrecken. Ausatmen, Rücken ganz rund. Einatmen, strecken, ganz lang machen. Rund, rund. Und noch einmal. Ganz lang machen. Hand und Knie absetzen. Jetzt den Popo auf eure Füße. Stirn auf die Matte. Die Hände krabbeln nach vorne. Der Popo ist auf den Fersen. Und zieht euch einfach ganz lang. Und kommt wieder hoch. Und das war der Tigris.